Hallo und dann herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist der Max, ein bisschen begrüßt euch zum Landwirtschaftssimulator 15 natürlich mit Toni. Hallo. Natürlich spielen wir hier GTA und wir machen heute den absoluten Bauernaufstand. Wir wollen ja ein bisschen, ja, hier in GTA den Simulationsmodus hier, Herausforderung haben wir nicht bestanden. Na, auf jeden Fall wollen wir ein bisschen Simulator spielen, aber komm, wir lassen uns mal die Räder durchdrehen. Wie mache ich denn das? Bremsen und Gas geben. Oh. Ja, aber warte mal, ich muss mal schnell mein Feld abfahren. Ey, was wird denn nun Großmutter da unten? Ja, ja, mach mich schön dreckig. So, ich muss mal gucken, wie meine Ernte ist. Leider kann man ja hier in GTA keine Anhänger etc. ranmachen. Oder sonstige Sachen. Ey, Arschloch hat die zu mir gesagt, die Großmutter. So arbeitet richtig ordentlich, ja? Ja? Hörst du mich? Großmutter? Machst du das? Ja, 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 ja. Sie wollte nicht hören. Ey, Toni, du bist einfach nur ein Ochse. Komm. Wir haben noch einen Auftrag. Wir müssen auf jeden Fall... Oh. Oh, scheiße. Ah, scheiße, die Volkspolizei. Komm. Wir müssen abhauen. Komm. Toni. Ja, ich bin hinter dir. Wir müssen abhauen hier. Ach, nicht, dass wir hier kommen. Ach, gucke mal. Und Trecker. Ey, den nehme ich. Ey, der ist ja noch viel cooler. Der rote Trecker. Oh, cool, awesome. Ach, guck mal, da hinten. Der hat sogar was hinten dran. Ey, den nimmst du jetzt. Keine Sache. Cool. Wir sind die absoluten Bauern jetzt. Kann ich hier die Maschine irgendwie eventuell nehmen? Aber, warte mal. Wenn ich den Motor ausmache und stehen bleibe, dann haut er die Polizei ab, ne? Noch nicht so ganz. Oh, der Bauer schießt auf mich. Der Bauernkram. Achso, hast du den Flug geklaut? Ja. Alter, ist ja geil. Geh mal den Feldflügen, Alter. Ist ja awesome. Ist ja geil. Ich hab die Polizei auf dem Hals. Los, lass uns abbauen. Ja, ja. Nur mit dem Flug hier. Alter, ist das geil. Gut, dann geh die Straße mit dem Flügen. Wo willst du eigentlich hin? Abbauen. Alter. Der ist ja geil, der rote Trecker. Der rote Baron. Der rote Baron. Der rote Baron, ja. So. Lass uns mal richtig um die City fahren. Naja. Ich versuche, ich versuche. Der kämpft aber auch hier hoch, wa? Naja, der hat echt zu tun hier. Wir fahren jetzt in die City. Hast du immer noch die Volkspolizei an der Backe? Jaja. Aber sieht gut aus, sieht gut aus. Okay. Da hinten ist er. Da kommt er angeschissen. Das bedeutet, wir werden jetzt hier in der City mal zeigen, wo der Hammer hängt. Wir haben eine ordentliche Maschine hier am Start. Und alle, die uns auf den Sack gehen, werden umgegrubbert. Ich grubbere gerade den Asphalt. Oh, vorhin ist die Polizei. Ja und? Ich habe noch Sternchen. Ach so. Ich sehe gar keine Volkspolizei. Jetzt ist er vorbeit gefahren, ganz in Ruhe fahren. Gut. Warte mal, wir müssen den Widerstand vernünftig anführen. Das heißt, ich muss neben dir fahren. Das war das Blockieren. Können die Autobahn. Komm. Aha. Genau. Sehst du, wie ich meine? Jaja. Wir machen jetzt einen übelsten Stau hier. Genau. Na, ich wäre ein guter Streikanführer. Wir sollen jetzt unfair und rücksichtslos fahren, oder was? Nee. Aber ich sehe, dass du deine Sache hier im Griff hast, hier mit deinem Grupper hier, ne? So ein bisschen, ja. Warum? Ja, sieht gut aus. Machste toll. Danke. Ab und zu muss ich Toni auch mal loben. Oh. Aber warte mal. Wir können ja mal anhalten. Und dann machen wir mal so einen... Hier, den Strich hier. Und dann machen wir mal... Ach so, willst du Speed Race machen, oder was? Speed Race. Bis zum Schild da vorne, ja? So. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir machen mal auf... Ey, 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 du Idiot! Dann komm, den nächsten Strich. So, Reifen durchdrehen lassen, richtig ran hier, auf den Strich hier. Und jetzt... Ich sage, auf die Plätze, fertig, los! Oh! Heheheheh! Ey! Toni! Ey, mach ein bisschen... Ey, du hast mir den Reifen kaputt gemacht, du Idiot! Du hast mir den Reifen kaputt gemacht! Nein, das war... Deckgruber. Ey, wir müssen aufpassen, dass hier keiner... Hier vorbeifährt! Der ruft mich an! Wo bist du, Toni? Kick ihn weg, den... Den Idioten! Nicht umschießen, wegkicken! Oh. Hast du wieder Volkspolizei am Start? Du sollst sie nicht abschießen! Mach ich doch gar nicht. Ich war doch beim... Beim... Beim Fahrtraining, beim ADAC hier. Da weiß ich doch, wie es geht. Ey, du sollst mir... Ey! Toni! Was denn du? Du hast mir die Reifen kaputt geschossen! Oh, vorbei! Hast du wieder Polizei am Start? Ja, ja. Warte, warte, warte. Das kann doch wieder was. Ey, hast du den nicht gesehen? Guck doch mal die Idioten an! So, pass auf, jetzt... Ey! Du sollst nicht mich erschießen, du Ei! Ey! Ich hab ne Walze! Jetzt hab ich auch die Volkspolizei am... Was ist denn mit dem Aufstand hier? Mann! Du hast ne Scheiße gebaut hier! Alter! Die... Wirst du mich mal... Was... Was ist hier los, Mann? Ich glaube, ich muss jetzt mal Maus und Tastatur nehmen und den Typen hier mal wegballern. Was ist denn ganz verrückt hier, du Idiot? Das Problem ist, ich hab keine richtige Waffe. Ja, ja, das ist das Problem. Ne, ich hab keine... Keine, äh, äh, MG hier. Ey, kann ich mal mit dir irgendwann mal was Normales spielen? Ich bin bei Tod! Ich bin tot! Ich brauch... Ich brauch ne Panzerfaust hier. Jetzt bin ich hier irgendwo am Arsch, ey. Ich bin irgendwo am Arsch der Welt. Weil hier die Scheißaufnahmen hier auf... Äh, 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 ändern hier. Um Gottes Willen. Wo bist du, Toni? Tot. Na toll, ey. Ich würde sagen, Aufstand ist niedergeschlagen. Ich hab... Ey, mein Trecker! Au. Ist er noch da? Ja, ja, der Trecker ist noch da. Ich hol ihn mir, ich hol ihn mir. Hilfe! Ja, gut abgerollt. Gut abgerollt. Mein Trecker ist auch noch da. Los, weiter geht's. Weiter geht's. Aber du hast mir die Platten, äh, Platten geschoben. Ah, nein! Wirst du mich umfahren? So, weiter geht's mit dem Aufstand. Geh rein hier in den Trecker. Komm. Okay, Walzenfahrt. Du komm, bleibst du. So, ich komm gar nicht mehr aus dem Knick hier. Aber er ist wenigstens tiefer gelegt. Ich glaube, so werde ich nicht schnell in den... In die City kommen. Wirst du... Höre auf! Au! Ey! Hast du einen Platten? Ja, wenn ihr noch mehr so eine Simulations-Videos sehen wollt... Alter! Hier guck mal, der fährt auf der Felge! Bist du behindert! Alter! Absala! Was ist denn nun? Können wir nur weiterfahren, oder? Wo ist mein Trecker? Hier vorne bei mir. Boah! Was? Äh, die machen hier... Ordentlich Randale. Was ist drin hier? Wer macht ordentlich Randale? Die, die, die... Richtigen Spieler hier, oder was? Ne, die anderen. Ja, ich merke schon. Pass auf, ich... Ich lobe jetzt vor deinem Auto. Vor deinem Dings, ja. Los, find das Auto. Alter! Oh! Was ist denn jetzt los? Hast du wieder Scheiße gebaut, oder was? Vielleicht. Ach, Mann, ey. Wir müssen doch wenigstens in die City noch kommen. Ich mein Bestes. Ey, die bauen nur Scheiße hier, die Bengels. Hast du wenigstens noch irgendwo einen Reifen, oder was? Nein. Dank dir nicht mehr. Alter. Der Treckerfahreraufstand, Alter. Wir wollen, dass die Milch nicht nur... 50 Cent kostet. Schaffst du es? Recht aus. Ich habe jetzt Handbremse gezogen. Ne, fahre weiter. Aber mich wollen sie irgendwie ja nicht jagen, wa? Ja, so ein Tag als Bauer, der zieht sich ganz schön. Hast du nicht einfach als Bauer, wa? Ne, ne. So. Oh, was ist mit dir? Alter! Du hast doch noch wenigstens Reifen. Ey, du hast den Flug vergessen. So, komm. Los, Attacke! Hast du die Flugzeuge auf dem Nacken? Ja, zwei Sterne. Ich nicht. Hast du angerufen, wa? Ja. Ne, Anrufe ist scheiße. So, wir fahren jetzt hier die Straße ab. Und dann ab in die City. Ich habe auch wieder einen Stern. So, wir fahren geradeaus weiter. Und dann... Ne, wir fahren jetzt rechts ab. Rechts ab! Rechts ab! Na, fahr doch rechts. Na! Ach, du bist wirklich... Ich glaube, wir müssen uns noch mal prügeln. Ne. Bleib es stehen! Nein! Doni! Nein! Was wollen die eigentlich immer von hinten? Alter! Die wollen mich... Wirklich hier weg eliminieren, die Hunde. So, sind hier irgendwo... Ah! So, wir müssen noch zum... Zum Ministerium für Landwirtschaft. Alter! Doni! Was denn? Bleibe bei mir! Nein! Mann, Mann, Mann! So! Hier vorne ist doch... Oh, du wie! Oh, oh, oh! Was ist hier los? Hier ist doch... Bam! Wir sind da. Wir sind da. Gut, aussteigen. Oh, ja! Hause um! Ja, das ist doch herrlich! Das ist einfach nur dummes Rumgerotze jetzt hier. Ja, 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 ja! Aber nicht auf mich schießen, ne? Und lass meinen Trecker ganz. Oh! Ey, du hast mich erschossen, du Idiot! Du rennst mir vor die Flinte! Mit dem Worten machen wir einen Fisch! Haut rein! Bis zum nächsten Mal! Bye, bye! Arschloch!